Eine kleine Bitte noch, Herr Juncker. Könnten Sie Ihren Digitalkommissar Oettinger bitte dazu verdonnern, sich mit seinem Handy alle 90 Minuten ins deutsche Festnetz einzuloggen? Das würde die Verhandlungen über Roaming und über Leistungsschutzrecht in Brüssel deutlich aufwerten. Ich bin ganz ehrlich. Kleine Parteien bekommen auf diesem Kanal hier vermutlich nicht die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht bekommen sollten. Aber wenn eine Partei ca. 15.000 mehr Mitglieder hat als die AfD, sie bei der letzten Bundestagswahl von ca. 450.000 Menschen gewählt wurde, sie bis zuletzt zwei Abgeordnete im Europaparlament hatte und seit Neuestem auch einen Abgeordneten im Bundestag hat, dann müssen wir an dieser Stelle mal über die Partei sprechen. Das große Aushängeschild der Partei Die Partei ist seit der Gründung der Satiriker und eben Politiker Martin Sonneborn. Es freut mich sehr, dass ich ab sofort nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin. Das Personaltableau, das der Rat vorgelegt hat, hat es in sich. Josef Borrell, ein spanischer Typ, der als Präsident des Europäischen Hochschulinstituts zurücktreten musste, weil er vergessen hatte, eine jährliche Gratifikation von 300.000 Euro zu erwähnen und dazu sie, Frau von der Leyen, eine europapolitisch völlig kenntnisfreie deutsche Ministerin, die lediglich durch einen irren Hang zu überteuerten Beratern, Missmanagement und Euphemismen aufgefallen ist. Und die Partei ist vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt, was sich daneben auch in der Wählerstruktur widerspiegelt. Wie ihr hier zum Beispiel seht, haben bei der Europawahl 2.19 vor allem junge Wähler, also die zwischen 18 und 24. Das kann noch ein bisschen besser werden, das ist jetzt hier so ein bisschen, ja gut, das ist ganz schön, aber das kann ja hier noch so ein bisschen, das ist jetzt hier gerade FDP-Gemeisvergleich, das kann ja hier so ein bisschen noch, das ist, aber hier, das ist scheinbar hier, hier blass aus, 18 bis 24 haben wir hier, das ist ganz blasser, das geht jetzt, das geht ja gerade hier bei SPD, ne, da wird es jetzt hier, da sieht man hier, da wird es dunkler, bei den Grünen ist es beim Helleren, das ist die, die haben zuwachsend, also es ist ja dann sieht man auch in der Zukunft, wird es halt immer weiter sinken, es ist halt die CDU, CDU verliert an Wählern, das ist halt hier, man muss man halt immer so gucken, hier, die 70 und mehr haben die meisten Wähler bei der CDU, aber die halt dann irgendwann, die Zukunft sieht halt so aus, dass die halt dann die Jüngeren ansprechen müssten, machen sie nicht, deswegen, ja, bei der SPD sieht es ähnlich aus, die Grünen haben halt sehr schön hier, von, was sieht dann die Maus, die Maus mit dazu, ich weiß nicht, die Grünen haben halt hier den, ja, das ist halt sehr schön, die Grünen haben halt zuwachsend bei den Jugendlichen, bei den Linken, naja, wird auch, auch die AfD, naja, bei den Mittelalten hier, da wird es halt was, CSU halt klassisch, immer, wie bei der CDU, auch bei den älteren, FDP hat auch ein bisschen zuwachsend, bei den jüngeren Freiwählern, die Partei, äh, die Partei, die Partei Freiwähl, also auf CDU, SPD und CSU sieht es eigentlich auch ganz, und AfD vielleicht macht die Zeit ganz gut aus, hier für die Zukunft, die anderen müssen sich mal, CDU und SPD sollten sich mal Gedanken machen, dass ihre, dass ihre, dass ihre Wähler zu alt sind. ...und 25 und 34 Jahre alt waren, die Partei gewählt, das sind die beiden blassesten Balken, so ähnlich sah es nur noch bei den Grünen oder auch der FDP aus damals. ...die blassesten Balken, ich meine, die jungen Wähler sind doch eigentlich, das müssen die stärksten Balken sein, die wichtigsten Wähler, das sind die Wähler der Zukunft, auf die muss man setzen, auf die, die sind, die sind am wichtigsten. ...ja... ...kan also dann doch so ein bisschen gespannt sein, wie die Partei bei der nächsten Bundestagswahl abschneiden wird, aber eine Sache hilft bei Wahlen oder Kurzvorwahlen überhaupt nicht, nämlich interne Streitigkeiten und interne Zerwürfnisse. Und genau das ist jetzt bei die Partei passiert. Das könnte das, das könnte das große Problem sein, was jetzt auch bei der, was jetzt kurz vor der Bundestagswahl so ein bisschen, was heißt kurz vor der Bundestagswahl, so ein bisschen, was heißt kurz vor der Bundestagswahl, ist ja erst im Herbst, aber es ist jetzt trotzdem so ein bisschen, könnte ein bisschen, könnte ein bisschen Nico Semsworths Austritt, könnte ein bisschen, könnte der Partei ins Fleisch schneiden, das ist so ein bisschen ins eigene Fleisch. Das könnte so ein bisschen, die Vorwürfe gegen Sonneborn jetzt nicht unbedingt, vielleicht, aber der Austritt von Semsworths, das hat jetzt vielleicht ein paar Wähler, die die Partei nur wegen Semsworth gewählt haben, vielleicht so ein bisschen davon abgebracht. Das könnte so ein bisschen, ja, aber, ja, vielleicht ist das auch bald, ist das bald wieder vergessen. In zwei Monaten denkt niemand mehr daran und dann ist dann wieder, dann machen wir in der Partei ein größeres, einen großen Wahlkampf machen, aber wieder ein bisschen was Tolles und dann ist das wieder vergeben und vergessen, ja, was da einmal auf Twitter los war. Nämlich zwischen Martin Sonneborn und, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch alle, Nico Semsworth. Der Nico Semsworth ist Anfang 2021 aus der Partei, die Partei, ausgetreten. Und wie es dazu kommen konnte und was die Partei eigentlich für die Bundestagswahl 2021 plant, darum geht es jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, liebe meine Tristan Crew. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und direkt mal die Frage an euch. Findet ihr die Partei eigentlich gut oder findet ihr sie schlecht? Braucht man sie oder kann sie weg? Schreibt mir das jetzt schon mal unten in die Kommentare. Und was ich natürlich auch gesehen habe, ist, dass ihr im Community-Tab euch gewünscht habt, dass ich mit Martin Sonneborn mal ein Interview führe. Ich habe ihn bereits angefragt und wir sind so... Der Kommentar hat sich nicht gewünscht, dass es ein Martin Sonneborn-Interview geführt hat. Der Kommentar hat einfach Martin Sonneborn gesagt. Wie war die Frage? Vielleicht hat er gefragt, mit wem sollen wir ein Interview machen? Und die Antwort war Martin Sonneborn. Aber der Kommentar ist so losgelöst. Sagt jetzt erstmal nur Martin Sonneborn. Ich habe schon in Kontakt getreten. Also Daumen drücken, dass das funktioniert. Jetzt aber zurück zu dem... Ich hatte auch mal eine Interviewanfrage an Martin Sonneborn für den Adventskalender 2017, 18? Ne, 19 war es. 2019 war es. Adventskalender 2019. Da hatte ich eigentlich auch schon eine Zusage von Martin Sonneborn. Der hat sich noch nicht gemeldet. Der hat sich dann nicht... Doch, der hat sich gemeldet. Aber der hat dann kurzfristig, kurz vor der Aufnahme, hat sogar abgesagt. Schade. Dafür haben wir jetzt... Achso, ich habe die ganze letzte Head-Satin, ich denke, ich habe ja ein Mikro. Hat man nicht trotzdem gehört? Die ganze letzte Head-Satin, ich denke, ich habe ja ein Mikro. Hat man nicht trotzdem gehört? Egal, man hat mich trotzdem irgendwie gehört. Denk hat mich irgendwie gehört. Egal, man hat mich trotzdem irgendwie gehört. Ist ja schön. Hauptsache, dass man hat mich gehört. Ist halt ein bisschen scheiße, weil ich es hochgeklappt habe. Ich denke, ich bin halt gewöhnt mit meinem Tisch-Mikro. Sorry, wenn die Qualität ein bisschen schlecht war, weil das Mikro hochgeklappt war. What the fuck, immer noch live. Nicht mehr lange. Ich schaue noch das Video hier. Über die Parteien von Semsrott und Sonneborn. Zerwürfnis zwischen den beiden. Also, 2019 zur Europawahl waren die beiden, ja, also Sonneborn und Semsrott, die zwei Aushängeschilder der Partei. Gemeinsame Wahlplakate, gemeinsame Sprüche und natürlich auch gemeinsame Wahlversprechen. Dafür stüm ich heute Abend wahrscheinlich nicht mehr, Modi. Dafür gibt es heute Abend kein Steam mehr von mir. Weil ich heute jetzt schon am Morgen drei Stunden gestreamt habe. Dafür lassen wir es heute Abend aus. Hier gibt es dann morgen wieder ein Gaming-Steam. Wahlkampfveranstaltungen kündigte man die beiden damals als die letzte Hoffnung für Europa an. Ist übrigens kein Scherz. Schaut selbst. Und hier kommt die letzte Hoffnung Europas. Martin Sonneborn und Nico Semsrott. Ja, und Nico Semsrott schaffte es. Halt die letzte Hoffnung, nicht die erste Hoffnung. Das ist halt, ja, die letzte Hoffnung für Europa. Nicht die erste. Martin Sonneborn ins Europaparlament einzuziehen. Und er machte auch ziemlich schnell deutlich im Europaparlament, wofür er stehen würde. Ich möchte mich beziehen auf Annex 7, Artikel 1, volle Offenlegung der finanziellen Interessen. Und Artikel 2, das Parlament aufzufordern, zu überprüfen, ob ein Interessenskonflikt... Ja, waren auch sehr tolle Reden hier im Europaparlament gehalten hat der Nico. Ist schon ein bisschen Schaden, dass er aus der Partei ausgetreten ist. Es war schon eine tolle Sache. Nico Semsrott war vor allem das Gesicht der Sache. Der war so ein bisschen... Ja, ich meine, Sonneborn ist schon das Gesicht der Partei. Aber Nico Semsrott hat halt schon so ein bisschen was... Hat auch ein bisschen noch die... Hat auch ein paar Leute noch angesprochen, die... Die der Partei bisher so fremdgeblieben sind. Die halt noch nicht so sehr viel... Er war so ein bisschen das Kameragesicht, habe ich so das Gefühl gehabt. Der hat so ein bisschen... Der hat so ein bisschen... Doch dafür... Dafür gewirkt, dass so ein paar... Durch ihn sind auch ein paar... Es gab auch ein paar neue Mitglieder durch ihn, die jetzt wegen ihm... Ja, vielleicht auch wirklich wegen ihm in die Partei eingetreten sind. Die jetzt wahrscheinlich... Die jetzt vielleicht auch wieder ausgetreten sind. Wegen ihm. Ja... Waren keine schlechten Sachen. Vor allem die Aktion, die ja gerade gezeigt wird mit dem... Mit dem Hermit. Also das war keine schlechte Aktion. Er ist ja... Er ist ja immer noch im Europaparlament. Er wird noch einige Sachen machen. Allerdings nicht mehr für die Partei. Ist halt wirklich... Ist halt jetzt ein fraktionsloser Partei-Loser. Ein fraktionsloser nicht. Ist jetzt ein grüner. Grüner Partei-Loser. Sondern vielleicht keiner... Vielleicht dritter der... 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 Der Grünen bei... Der Partei die Grünen. Das war vielleicht besser aufgehoben. Da gibt es ja keine Rassisten drin. Hm... Gibt es keine Rassisten in der Grünen. Vorliegt. Und ich habe auch schon einen Vorschlag, wie das aussehen könnte. Ähm... Das hier wäre der... Ansatz. So. Also da wollte er auf jeden Fall hinweisen, dass einige Abgeordnete im Parlament wirtschaftlich nicht unabhängig sind. Abgesehen davon trat er übrigens ja dann auch in die Fraktion der Grünen ein. Und in Reden von ihm zeigte sich auch schnell, was er beispielsweise dann von Fridays for Future und Co. hält. Wir erleben einen ewigen Sommer. Tiere sterben aus. Feuer verschlingen die Wälder. Und das Meer raubt das Land. Deshalb versammeln wir uns am 20. Tag des Septembers mit den Aufständigen der Freitage für morgen auf den Marktplätzen, um eurem teuflischen Plan Einheit zu gebieten. Aber scheinbar gibt es auch für Nico Semstrott durchaus Grenzen des Humors. Denn kurz nach den Ereignissen am Kapitol in den USA Anfang 2021 twitterte Martin Sonneborn ein Foto mit einer Botschaft an Donald Trump und Amerika. Auf dem Shirt stand genau dieser Satz hier. Also eine Anspielung auf Donald Trump Fanartikel, die trotz dieser Anti-China-Politik... Das war halt nicht ganz klar, war halt nicht ganz klar daran zu sehen, dass das gegen Donald Trump zu... Das war halt der große Fehler, dass das halt nicht klar war, dass das gegen Donald Trump gerichtet war. Das hat man halt so ein bisschen immer besser machen können. ...ingetrieben hat. ...dass trotzdem seine Artikel in China hergestellt werden. Aber, und daraus folgt ja dann auch die große Kritik, der Satz bedient sich eben auch dem Klischee, dass Menschen aus China einen Sprachfehler hätten. Auf Twitter... Es ist halt ein bisschen um die Ecke gedenkt und gedacht und das ist halt so ein bisschen bei einem T-Shirt-Spruch um die Ecke gedacht schwierig. Es ist halt so ein bisschen über China-Witz und so weiter, dass das, dass das Hermine, wie komme ich jetzt auf Hermine? Dass das T-Shirt von... Dass das T-Shirt von... Dass das T-Shirt da... Dass Trump dann auch das eigene Produkt aus China und er dagegen ist ein bisschen... Ja... Der nächste wird es mal ein bisschen direkter, dass man halt so ein bisschen... Kann man, kann man vielleicht nicht um 100% erwarten, dass das, dass das dann alle checken. Also, ja, ich weiß es nicht, ist... Man kann nicht von den Leuten denken, vor allem auf Twitter nicht davon erwarten, dass die denken können. Das ist so ein bisschen... Peter und Co. entbrannten dann natürlich Diskussionen darüber, was Satire eigentlich darf und auch Rassismusvorbild verstanden und stehen teilweise immer noch im Raum gegenüber Martin Sonneborn. Als User dann nachgefragt hatten, was es denn mit diesem Bild, mit diesem Satz auf sich hat, antwortete Martin Sonneborn dann Sätze wie diese hier. Satire setzt Denkanreize oder ich gehe jetzt Schlitten fahren. Und dieser Tweet, beziehungsweise die Reaktionen auf diesen Tweet, auf die Kritik, die Martin Sonneborn sozusagen erhalten hat darauf, war für Nico Semsrott am Ende dann eben der ausschlaggebende Grund dafür. Ja, die, die, die Reaktionen von Martin Sonneborn waren, waren sicherlich auch nicht die, die elegantesten. Es ist halt, man muss da noch, man muss, man muss immer sehen, der, der Sonneborn, der ist, der kommt, der war früher, der war früher Titanic-Redakteur. Und der ist halt, der ist halt, der war herausgeber, der ist herausgeber und war Mitglied, der, der war, der war verantwortlich für die, für das Titanic-Magazin. Und hat da halt, es ist, Martin Sonneborn ist kein sensibler Mensch, der auf, der auf sensibende Sachen eingeht und der, der sensibel, der richtig, der passende und sensible Antworten, Reaktionen darauf geben kann. Und es ist halt, es ist halt ein bisschen, ja, der Tweet war nicht, der war nicht in Ordnung. Es geht eleganter, kann man eleganterer Sachen machen, aber Grund zum Aufregen finde ich es immer noch nicht. Es ist so ein bisschen, geht es schon wieder um das Thema, das du eigentlich nicht reden wolltest. Ja, es geht wieder um das Thema. Ja, ich reagiere jetzt auf das sehr gute Video hier. Ich verstehe es, ich verstehe es noch nicht, ich verstehe es immer noch nicht ganz, warum Nico Samstrow ausgetreten ist. Es ist, ich, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Das liegt, das liegt halt, das ist halt das Problem an mir. Ich, ich blickse halt einfach noch nicht den Grund dafür. Er ist die Kettensäge, die ein Hirn-OP durchführen will. Ja, es ist halt einfach, ich blickse halt nicht, das ist, das liegt halt, vielleicht liegt der Fehler an mir. Es ist halt irgendwie, warum auf die Reaktion halt, es ist, ja, das mag vielleicht, der Tweet mag vielleicht ein bisschen rassistisch gewesen sein. Und ein bisschen falsch geleitet gewesen sein und die Reaktion darauf ein bisschen, aber selbst wenn Martin Sonneborn ist de facto kein Rassist. Das ist Martin Sonneborn, der stammt halt noch aus den Zeiten damals, zur Titanic-Zeiten, als die Sache, als die Witze noch eine andere waren. Und es ist, ja, ich sehe es auch, der muss sich immer ungewöhnt lernen, bessere Witze zu machen, aber sich da jetzt aufzuregen. Samstrow hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf Sonneborn. Also, so auf persönlicher Ebene. Das kann auch sein, das ist, ich meine, Sonneborn ist ein bisschen, ist kein, ist ein bisschen ein anderer Mensch, damit, mit dem muss man können. Das ist so ein bisschen, ich verstehe auch, dass da einen Konflikt gibt, da gibt es, da gibt es schon Generation, schon der Generationenkonflikt ist da. Aber, das verstehe ich auch komplett, das ist, ist auch kein, ist ein schwieriger Typ, der Sonneborn ist, ist auf jeden Fall, der hat auch einen Humor, mit dem nicht jeder klarkommt. Das ist auch verständlich, mit dem man, muss man ein bisschen gucken, das ist so ein bisschen, ist nicht jeder, ist nicht jedermanns Sache und da ist so ein bisschen, muss man, muss man mit klarkommen. Ich bin auf seiner Homepage, sagt er, was hier. Für mich geht es bei Martin Sonneborns Tweet von vergangener Woche weniger um eine Debatte über den Sinn und Zweck von Satire, sondern vielmehr um einen ignoranten Umgang mit Feedback. Wenn sich Menschen von seinen Postings rassistisch angegriffen fühlen, muss er nicht viel tun. Es reichen Mitgefühl und Respekt vor den Betroffenen, um das eigene Verhalten zu korrigieren. Wenn er der Kritik keinen Raum geben kann, den gesellschaftlichen Kontext Rassismus fortschreitender Rechtsruck ausblendet und beleidigt seine Machtposition ausnutzt, sobald Betroffene sich gegen Beleidigungen wehren und stattdessen den Schwerpunkt fälschlicherweise darauf legt, dass andere nur zu doof seien, seine Kunst zu verstehen, sich also selbst zum Opfer stilisiert, sollte er gehen, weil er aus der Zeit gefallen und am falschen Ort ist. Ich hätte es aus der Zeit gefallen, dass das Richtige ist. Der richtige Punkt ist es halt, er hat halt damals in der Titanic-Zeit gelernt, wie man satirische Witze macht und hat halt damals noch die alte Schule von der Titanic mit dabei und wendet das halt jetzt an. Das ist halt, versteht er, das ist dann, er meinte ja, dass Sonnebon nie auf ihn gehört und jeden der Rat direkt abgeblockt hat, kam im Statement schon ganz gut durch. Ja, es ist, da kommt dann halt noch dazu, dass halt Martin Sonnebon auch auf niemanden hören muss, da ist halt der Kröferz und der Vorsitzende und dann ist halt so ein bisschen, spielt er vielleicht auch so ein bisschen die Rolle, dass er dann, dass er dann so ein bisschen auch auf niemanden hört und dann so ein bisschen auch bewusst auch so ein bisschen sagt, Ja, jetzt, jetzt nehme ich den Rat mal nicht an und jetzt mache ich halt, ziehe ich mal mein Ding durch und mache so ein bisschen das. Wenn man sich die Interviews mit Martin Sonnebon anguckt, das ist, das ist kein angenehmer Typ, also das mit dem, mit dem kann man nicht, ich weiß nicht, wie er persönlich ist, also ich sehe es nur in den Interviews, also ich könnte es mir auch, ich könnte es mir auch schwer vorstellen, mit dem, mit dem, mit so einem Kaffee zusammenzusitzen und da gemeinsam in dem Privat zu was zu unternehmen, das ist halt, ist halt schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen sollte, ist halt, muss man, ist, auch wie er auf Antworten in einem Interview antwortet, ist halt ein bisschen, ist halt eine Nummer für sich. Außerdem schrieb er, dass er in der Vergangenheit schon öfter mit Sonnebon über ähnliche Dinge gesprochen hätte und dass es bereits ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit gab. Und auf Grundlage des Rücktritts äußerte sich Martin Sonnebon dann eben doch nochmal etwas ausführlicher. Bei der Gestaltung dieses Shirts habe ich mich sprachlicher Stereotype bedient und ein billiges Klischee aufgenommen. Die Wirkung dieses Shirts habe ich unterschätzt. Wenn ein Witz zu rassistischer Verletzung führt, statt Reflexionsanstöße zu geben oder zumindest ein befreiendes Lachen nach sich zu ziehen, dann ist es ein misslungener Witz. Er hat sich ja zumindest entschuldigt für das Ding, für den Witz, für die Aktion. Das muss man ihm ja zugute halten. Er hat sich nicht generell für seine Art entschuldigt. Er spielt ja eigentlich, er spielt schon eine Rolle, aber es ist, ja, kann mir vorstellen, dass er ein ziemliches Arschloch ist, aber das macht er halt gut. Und da muss man halt, wenn man mit ihm zusammen arbeitet, muss man halt auch damit können. Das ist halt, es gibt jetzt gute Arschlöcher und schlechte Arschlöcher. Das muss man halt, ja. Nico Semsrott ist raus aus der Partei. Bedeutet, der Partei bleiben jetzt noch zwei Sitze in Parlamenten übrig. Und jemand, der die Partei wählt und, nee, erstmal jemand, der mit Martin Sonnebot zusammenarbeitet, der weiß auch, dass das sehr schwierig ist und dass er vielleicht manchmal ein Arschloch ist und dass er so ein bisschen kompliziert ist, mit ihm zu arbeiten. Und da muss man halt auch, das muss man vorher wissen und das muss man vorher einschätzen können, und man das kann, mit ihm zu arbeiten. Und dann ist es schwierig, danach zu sagen, ja, ich bin jetzt überrascht, dass der ein Arschloch ist. Im Europaparlament Martin Sonneborn und eben Marco Bülow, den ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Der war nämlich bei der SPD und ist erst 2020 in die Partei eingetreten. Wir haben eine hohe Verantwortung des Pflegepersonals. Der Marco Bülow ist ein großer, ein großer dicker Mann, wie auch schon erwähnt. Wie auch schon gesagt, wir haben halt viele großartige Politiker auch noch in der Partei drin. Besteht nicht nur aus Demsroth und Sonneborn, wir haben jetzt zum Beispiel Marco Bülow jetzt im Bundestag. Wir haben den Marc Benecke, wir haben Thomas Tom Hintner und viele andere großartige Leute in der Partei. Die Partei ist wirklich auch insgesamt viele tolle, lustige Leute, die man durchaus nehmen kann. Wenn mich zum Beispiel, ja, Englop stinkt, aber das Lob kam von Modi. Ich nominiere, by the way, diesen komischen Zwergenfürst für das EU-Parlament. Ich glaube, das wäre lustig. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das lustig wäre. Europa-Parlament nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Martin Sonneborn zusammenarbeiten könnte. Ich kann seiner Partei sein, ich kann das gut machen, aber mit dem Zusammenarbeiten wäre ich auch schwierig. Es ist halt ein Bundestag vielleicht. Von Bundestag kann man vielleicht irgendwann machen, aber da müsste ich mich erstmal aufstellen lassen. Müsste ich erstmal Vorsitzender werden und so weiter. Es ist mir zu viel Arbeit. Doch klar, zwei Minuten und instant corrupt, so sehe ich dich. Ich und corrupt niemals, nein. Ich bin wirklich nicht, nee, ich bin nicht, ich bin korrupt, ich bin unbestechlich. Das kannst du aber wissen. Ich bin unbestechlich. Ich habe eine Ideale. Also sogar größtenteils keine gute Bezahlung, keine guten Absicherung und erst recht keine guten Arbeitsbedingungen, die es eigentlich bräuchte. Es geht nämlich... Na, was heißt unbestechlich? Jeder Mensch hat seinen Preis. Das ist dann halt... Jeder Mensch hat seinen Preis. Wenn ich mir... Wenn ich mir... Für eine bestimmte Summe für... Für ein paar Milliarden würde ich... Würde ich auch mal... Können wir mal drüber nachdenken. Ich meine, das Thiterien... Das ist aber... Das muss schon hoch sein. Das muss schon... Wenn ich Werbung für dich machen soll, das muss schon... Als Politiker, das muss schon... Das muss sich schon lohnen. Mein Preis sind 2,50 Euro und der Big Vegan TS. Mein Preis wäre ein bisschen höher, vor allem wenn ich im Bundestag sitze. Das muss sich der Preis, wenn ich da Werbung für dich machen soll. Das muss schon... Das muss schon... Das muss schon im Milliardenbereich sein. Aber wirklich, das ist schon... Aber hallo. Da können wir drüber... Da können wir anfangen zu reden. 2, 3 Milliarden, wir können... Willkommen ins Gespräch. Und dort kommen die Arbeitsbedingungen, die sie vollziehen. Da wird Würde mit Füßen getreten. Und es ist eigentlich ein doppeltes Problem. Und doppelt unwürdig, weil es natürlich auch um die Patienten geht. Und da stimme ich eben nicht zu, was gerade gesagt worden ist. Die Patienten... Und die Patientinnen stehen eben nicht mehr im Mittelpunkt der Versorgung. Und erst recht nicht das Fliegepersonal. Und genau das muss sich ändern. So, die Frage ist jetzt aber, kann Marco Bülow als Parteimitglied, also als die Parteimitglied, im Bundestag bleiben nach der nächsten Bundestagswahl oder nicht? Kann er seinen Sitz halten? Die Antwort darauf lautet, eher nicht. Denn bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 erhielt die Partei gerade mal knapp 1%. Und wir erinnern uns, es gibt natürlich bei Bundestagswahlen die 5%-Hürde. Das heißt, eine Partei muss 5% der Stimme halten und überhaupt... Dann strengt euch an, dann let's go. Geht wählt die Partei, damit der drinnen bleiben kann. Der großartige, der Marco Bülow, wählt ihn, wählt die Partei. Bestes Video ist das eigentlich? Ähm, hier, Marvin Neumann heißt er. Können da gerne mal vorbeischauen bei jedem... Ein etwas kleinerer YouTuber. Ja, so klein auch nicht mehr. 45.000 Abonnenten. Können wir gerade mal liken. Bei der Gelegenheit hier. Momentan eher schlecht aus, dass Marco Bülow... Scheint immer, der macht ab und zu mal guter Typ. Ja, der macht... Also hat er vorhin zu uns erzählt. Haben noch nicht auf dem Kanal nachgeguckt. Macht Interviews mit Politikern und scheint sich so ein bisschen mit Politik immer so ein bisschen zu beschäftigen. Er mit den etablierten Parteien, mit den größeren Parteien. Hat er gesagt, das sei eine Ausnahme jetzt hier, dass er sich mit kleineren Parteien beschäftigt. Ja gut, die Partei ist auch keine kleine Partei mehr, aber wir haben schon mehr Mitglieder als die AfD. Aber gut, kann er jetzt mal öfters drüber reden. Ja, müsst euch anstrengen. Wählt die Partei, damit der Marco Bülow im Bundestag bleiben darf. Mehr als 5%. Na komm, müssen wir uns anstrengen jetzt. Komm, mobilisiert eure Freunde. Sagt euren Freunden und Verwandten und Bekannten Bescheid. Die Partei wählen, damit der gute Mann im Bundestag bleiben kann. Dafür lohnt es sich doch. Für Marco Bülow kann man doch wählen. Für den kann man doch mal die Partei wählen. Jetzt wird mir die 5% kommen. 21 oder nach der Bundestag 2021. Und genau das weiß auch Marco Bülow selbst. Und deswegen schreibt er auf seiner Webseite das hier. Ich bitte um Unterstützung, damit ich als fraktionsloser Abgeordneter bei der Bundestagswahl 2021 in Dortmund als Direktkandidat antreten kann. Es wäre eine historische Chance, ohne Fraktion einen Wahlkreis zu gewinnen. Deine Unterstützung und jede Stimme für mich könnte etwas bisher einmaliges hervorbringen. Ich bin gespannt, ob er es schaffen kann. Der Dortmund ist, er tritt wahrscheinlich für Dortmund an. Wenn er in Dortmund lebt, in Dortmund wählen geht, haut er an Dortmunder. Es ist, ich will 5%, ich will den Bundestag sehen, haut er in den Reihen. Es ist einmal als Direktmandat wahrscheinlich alles Kreuz mal drauf machen. Der Bundestagswahl 2002, seitdem er sozusagen antritt, hat er immer die Erststimme gewonnen. Also hat er immer ein Direktmandat bekommen. Allerdings hat er auch bis dato immer die SPD als Partei im Rücken. Wollt ihr eigentlich die Partei im Bundestag sehen? Schreibt mir das unten jetzt mal in die Kommentare. Definitiv. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann. Bis dann. Ja, lasst ein Abo bei ihm da. Das ist wirklich, das kann man, kann man machen. Schaut euch mal das Video an. 2021 wird eines... Was ist da sonst so hier? Jetzt hat er, vor einer Woche hat er über einen AfD- und Verfassungsschutz. Hier, Armin Laschet hat er geredet. Philipp Amthor über die AfD. Rücktritt von Trump, muss jetzt zurücktreten. Der macht halt so ein bisschen. Cyberpunk hat auch ein bisschen was zu erzählt. Scheint ein toller Kanal zu sein. Best of Bundestag. Da redet er ein bisschen was über Best of Bundestag wahrscheinlich. Sehr schön. US-Wahl 2020, der macht ein bisschen Politik hier. Beliebt die Videos. Ah, hier AfD in 5 Minuten. Und der macht so ein bisschen schein, ein Twitter-Kanal zu sein. Kann man sich mal, kann man sich mal anschauen. Dafür ziehe ich extra da hin um. Ab, ab da hin, Maudi. Patreon, man kann sich sogar auf Patreon unterstützen. Twitter hat er auch. Instagram hat er auch. Facebook hat er auch. Ja. 2000. Kann man gleich mal ein Abo da lassen. Warum nicht? Gleich mal abonniert. Und die Glocke aktiviert, so muss das sein. Jut. Okay. Okay. Now. Toll, Mal. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.